Wir sind halb wenigstens guter in alles mögliche zu töten. Da sind wir normalen Soldaten meistens überlegen, weil normale Soldaten sich eher auf ihre Ausbildung verlassen, während wir uns auf Erfahrung verlassen. Wust, wust. Okay, weiter vorne ist auch schon gleich wieder eine ganze Truppe Orcs. Sagen Sie, sie nicht schon wieder einen Troll haben? Äh, einen Uga haben, Entschuldigung. Äh, wo ist hier das Konnischins versteckt, was ich gerne einsammeln würde? Hier. Und hier sind auch noch irgendwo Kräuter versteckt. Na komm, was ist, was ist hier? Gulmond ist hier irgendwo verborgen. Und das ist Gwendala, kein Gulmond. Ach, naja, egal. Meint ihr? Drei. 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 Schlecht. Drei. 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 Pedro. Drei. Das finde ich nicht so schön. So, das ist besser. Okay, das braucht Munition, das ist okay. Das ist jetzt wiederum nicht so toll. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Oh, und jetzt sind wir wie Drolana wieder hier. Drakensang ist nicht wie andere Rollenspiele, was die Autosaves angeht. Gut. Was mache ich damit, solange ihr den Kristall erforscht? So, also Drolana sagen, sie soll hier wieder warten. Danke, Meister. So, die Einbären hier einsammeln. Und dann nehmen wir hier auch gleich eine Sehne und zwei Salbenfett. Mit... Zeug, das zuvor greifen kann, ist der See... Schild, das kann sie wegtun. Kulmund... Das da kann Fogrem wegtun. Die Mausefalle ist zum Verkauf. Weg, 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 weg. Sorry, aber das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass wir so oft zack kriegen. Ah ja, die Nägel kann das Fogrem gleich hier reinpacken. Die habe ich ihm ja gegeben, ja. Also, ihr soll es noch einmal machen. Mäh. Ich frage mich, ob es hier irgendwelche Geheimgänge oder sowas gibt. Geheimgänge und Scherzen. In einer gräflichen Residenz? Vielleicht kann ich ja sogar Zugang zu einem alten Swergengewebe. So, das kann alles verkauft werden. Jetzt habe ich vergessen, Roulane neuen Einbeersaft zu geben. Egal. Dann brauchen wir halt jetzt keinen neuen Einbeersaft. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig geworden. Wenn alles ruhig im Haus ist, sollten wir... Oh, aber das berät mir später. So, wegpacken kannst du Einbeeren, Apfel, Würselkraut. Den Verband behalten wir, weil den werden wir wahrscheinlich brauchen. So, Salbenfeld brauchen wir zwei. Die restlichen sechs kannst du wieder wegpacken. Also, man merkt selbst, wir haben Probleme mit Schwarzpelzen. Und ich habe vergessen, mit Forgrim alles wegzupacken. Egal, wir kommen noch mal ins Haus. Oder? Nee. Ich will dann eigentlich aus dem Hafen gleich abzischen. Ein Schwerg, ein Wort. So, das war waffentechnisch alles. Ach ja, Schild noch austauschen. Mache ich. So, und das war rüstungstechnisch auch alles. Gut. Ja, ich werde dann wieder nachher gleich einen Cut machen. Sobald wir den Bogen wieder gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder in, äh, beim Bogen Krimzern. Weil jetzt noch mal alles, äh, in der Aufnahme zu machen, das dauert dann wieder. Also, ich mache das Hafenviertel dann offscreen nochmal. Und dann sehen wir uns halt bei Bogen Krimzern wieder. So. Das heißt, wir haben alle Einzelteile. Wir können jetzt bei Rappelbusch. Willkommen beim Krämer Rappelbusch. Gut. Bärenfalle, Holzschild, die können weg, die können weg. Ups. Die Robe, die bleibt erstmal. Holzschild, Pfeife, Würfel. Alles fair, doch komm. Die Robe habe ich ganz vergessen. Weißt du was? Gladys zieht jetzt einfach mal diese Robe an. Ach ja, und Gladys, äh... Die beiden auf Max. Und das auf 8. Gut. Dann kann Gwendala hier erstmal ihre Sehne. Und für den Bogen braucht sie ja erstmal noch Skillpunkte. Skillpunkte. So. Gut. Ja, die Quest ist abgeschlossen. das heißt auf zum hafen und dem hafen werde ich speichern und da wie gesagt sehen wir uns in programm zahn wieder so ok also der betrunkene feldung wir speichern jetzt mal unter let's play 0 22 und da sehen wir uns gleich wieder auf programm zahn also bis gleich